ja da bin ich wieder ja 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 da fliegt die mal weg ok ich verstehe ok ich verstehe und dann danke für die Mutti ja ja also Oberfett ist wieder da ja im wahrsten Sinne des Wortes er ist gerade wieder 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 da ja ja med endlich ja 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 alter ha ha nein warum Hey, wo gehst du hin? Ich glaube, hier bin ich fertig, ne? Ach, komm, dann folge ich ihn mal. Und er ist weg. Aha! Damage. Jawoll! Jetzt fliegt er wieder weg. Vermutlich Pause zu machen, dann nutze ich mal die Gelegenheit. Und mach was kaputt. Okay. Und er kommt wieder. Was? Ist das ein Scharfschutz? Hey, wo ist er hin? Da ist er. Ah, Kontrollpunkt erreicht. Ja, sehr toll. Uh, ah, ah. Okay. Okay. Ah. Oh. Wow. hey komm zurück ich frage mich ob er sich auch irgendwie regeneriert mit stimpaks oder so jetzt fliegt er wieder weg natürlich okay noch ein kontrollpunkt zu hoch bum bum kabumm wow wow vielleicht ist das keine gute idee hier rein zu gehen während er gerade mit raketen nach einem schief oder ich meine wer denn gerade überhaupt angreift hä was was ich reingekommen mein glück sollte ich nicht ausstrapazieren alles klar so ist er da reingekommen das meine ich mit nicht strapazieren und ich werde abhauen strategische rufzugsmanöver ich mag es nicht der gejagte zu sein gewächs ich hätte den blaster mitnehmen sollen diesen einen hier den den dauerfeuerbeschuss blaster hier war schon hier wo geht ich da irgendwo hin nein au hier 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 10 Minuten lang sage ich nichts, oh man. Ich muss, ja, Entschuldigung, ich muss mich hier konzentrieren, nicht, dass ich hier schon wieder verrecke, weil Boba Fett ist echt fett. Äh, äh, da sollte kein Wurzel sein, ich mein's ernst. Das ist krass. Oh, ich kriege Dark Souls Flashbacks jetzt. Äh, keine Tür verpassen? Lass mich raten, er ist schon längst hier, oder? Oh, okay, ist ja Wasser. Äh, ich wusste es. Wo ist hier ein Boom Boom? Äh, Munition. Hier nicht. Hier ist nun nur ne Falle, okay. Okay. Fightling. Äh, Dalla. Es ist hier. Oh. okay im moment wurde boba fett auf mich etwa angesetzt ich glaube das wird mir jetzt das bewusst ok sehr gut ich lebe noch wie ich laufe wie gut dass ich so gut ablenken kann wo denn eben nicht was da unten eigentlich ist ah nichts ist das die A2 Nee, oder? Nö. Mensch, da hört der immer noch nicht auf. Keine Raketen. Sind das Erschütterungsraketen? Keine Ahnung. 14 Minuten schon wieder. Ich kämpfe immer noch gegen Boba. Boba, wo bist du? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Äh... Huch. Aha! Aha, der konnte ausgewischen. Hier war das Ding genau... Hier war wirklich jetzt alles fertig, oder? Ja. Ja. Sag mal, was hat er da für mandalorianische Rüstung die ganze Zeit an? Ist das hier mandalorianisches Eisen? So. Ich höre doch seine Schritte. Aber nichts mehr. Ich glaube, hier bin ich fertig. Ich... 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 Ach Boba... Was mache ich nun mit dir? Nein... Ach komm! Ich wollte gerade den Machtschub machen. So, wo bin ich? Hier bin ich. Mann, ich glaube, hier bin ich ja jetzt doch wieder fertig. Achtung, kleiner. Ey, echt nicht. Ach so, kass mit ihm. Ah, nervig. So, jetzt bin ich wieder hier. Wo muss ich da hin? Ach du. So, jetzt bin ich wieder. Oh Bin ich jetzt hier fertig, eigentlich? Da geht es jetzt nicht mal rein Muss ich ihn jetzt Finischen? Scheinbar Gut, dann mache ich das mal Mit 19 Minuten Überlänge Oh Hat sich das Ding auch gefühlt? Dann muss ich ihn wohl jetzt besiegen Scheinlich Nehme ich mal an Schau mal wie viel Leben er noch hat Oh Ah, also Kein Kopfgeld für dich, meine Schande Hey, das hast du doch schon mal gesagt Aber da war scheinbar nicht auf mich angezett Okay Du hast also Boba Fett getroffen Ich bin beeindruckt Ja Einmal auf Coruscant stolperte ich über ihn Und kam nur knapp mit dem Leben davon Den will man nicht als Feind Aber jetzt haben wir beide was gemeinsam Juhu Gefundene Versteckenhunde von eins Als ob ich Bei dem Beschuss noch ein Versteck suche Moment Macht eigentlich Sinn Aber Da war der Rancor ja viel Gemütlicher Wir brauchen dich sofort hier an der Akademie Oh Gut Das war's für diese Folge Und vielen Dank fürs Zuschauen Ciao